Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir mal wieder nach Torgas durchstarten. Ich möchte wieder einen 16er mit einer perfekten Wertung abschließen. Heißt einen marktlosen Run. Mittlerweile habe ich ja schon vier Stück. Wir wollen jetzt die letzten noch angehen und dazu habe ich mir die Frakturkammern rausgesucht. Ich würde sagen, da starten wir jetzt einmal durch. Ich war gerade so ein bisschen noch im LFR unterwegs und habe mir jetzt endlich mal zumindest einen Zweierset-Bonus zusammengefarmt. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Dafür habe ich jetzt halt leider den Nachteil, dass ich leider diesen Bloodlink nicht mehr anlegen kann. Ich hoffe, dass der Zweierset-Bonus stärker als das Bloodlink ist. Aber wir werden es gleich sehen. Ich war jetzt auch gerade hier schon einmal ein bisschen reinlinsen, um zu gucken, was ich an Sägen und Qualen habe. Und ehrlich gesagt, die Sägen, die ich habe, die sind alle ziemlich kacke. Zumindest haben wir die Qualen, die sind so Medium. Es gibt ja manche, die sind richtig ätzend. Zum Beispiel diese eine Qual, wo du dann immer weggefiert wirst, wenn du Load droppst. Also wenn du, glaube ich, 50% Leben droppst, wirst du gefiert. Das ist mal die absolut beschissenste Qual. Die ist zum Glück nicht da. Aber ich habe eine Qual, dass häufiger Fallen auftauchen und die massiv mehr Schaden machen. Und das kann dich halt schon mal killen und dir ein Leben kosten, was halt unnötig ist. Und vor allem bei solchen Fallen, ich bin ein Gimp. Ich komme da ab und an mal rein. Und ja, deswegen macht mich das nicht froh. Und das andere ist, dass hier teilweise die Mobs, wenn sie sterben, so eine Void hinterlassen. Und das ist auch nicht so nice, ehrlich gesagt. Wenn du da viele Viecher zusammen hast und es nicht siehst, ne, stirbst du dadurch halt vielleicht. Und das ist eher ungünstig. Okay, ich glaube, da hinten geht es tatsächlich weiter. Schauen wir mal, dass wir den vielleicht mitziehen. Und hier dann den Big Pull machen. Okay, vielleicht hätte ich die jetzt nicht alle mitziehen sollen. Aber warte mal, ich kann ja meinen Set-Bonus jetzt auch häufiger nutzen, tatsächlich. Okay, da viert einer. Das ist schon mal nicht gut. Was kriege ich denn für einen Schaden? In der Inka und der Wall. Das geht nicht gut aus, das sage ich euch. Wenn wir das frontieren, da hat noch einer so ein 4 gecastet. Warte mal, habe ich irgendeinen Debuff drauf, dass ich weniger Heilung kriege? Kann das sein? Dreck. Das wäre beinahe hinten rumgegangen. Ah, meine Gesundheit ist gut verringert. Okay, das erklärt natürlich einiges. Kann ich jetzt noch nicht interrumpten? Irgendwas, wir haben... Ähm... Convogue-Verringerung. Ist nicht so schlecht. Das ist strong, das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm... Das hier können wir noch mitnehmen. Welche Fähigkeit beim Tank heißt denn Wall? Gar keine. Ähm... Mit Wall meine ich den Überlebensinstinkt. Und zwar ist es so, dass beim Warwick quasi der Effekt Shield Wall im Endeffekt das gleiche macht. Du kriegst halt prozentual weniger Schaden. Und bei den meisten Tanks halt ein großer Def-CD sagen die meisten halt Wall zu. Also, aber wenn man es genau nimmt, hat der Druid keine Wall. Also kein Sheet-Wall. Aber das Ding macht halt dasselbe, ne? Und da früher in Classic die Tanks alle Krieger waren und wenn du sagst, ich zieh Wall, ne? Dann weiß eigentlich... Oder die meisten wissen dann, okay, er zieht seinen großen Def-CD. Genau. Irgendwann bürgert sich das halt ein, ne? Zum Beispiel sag ich für mein... Äh... Du sagst auch, wenn du abspottest, ne? Oder auch allein das Abspotten. Der Druid hat auch kein Spotten. Da heißt das Knurren. Aber im Krieger heißt es halt Spotten. Und deswegen sagen halt viele dann, ähm... Dafür spotten oder im Englischen halt taunt, ne? Genau. Dann muss ich wieder raus. Hier, da, die Explode, ne? Du sammelst so eine Orb aus. Und die Explode macht relativ viel Schaden. Da bist du dann gleich mal weg. Warte mal, hat er zwei Orbs hinterlassen? Äh, ne, wir nehmen die Wolke mit. Das mit dem Anima-Zeug, das ist nix. Will auch zocken. Warum? Was ist los? Kannst du ein Spiel oder wie? Weiß gar nicht, ob das auch Punkte bringt, wenn ich das Ding hier deaktiviere. Machen wir's mal lieber. Man weiß ja nie. Hab Dienst. Achso, das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen lang aufgehalten, tatsächlich. Ich hoffe, dass... das zeittechnisch noch okay ist. Jetzt muss ich gleich das eine Ding durch, ne? Rückett mir die Daumen, dass ich's nicht verkack. Convoke ich jetzt schnell weg, gar keinen Bock, hier jetzt irgendwie rumzumachen. Hab mir die Convoke ausgereicht. Traurig. Aber ich hab's jetzt eh verringert, jetzt haben wir nur 50 Sekunden. Ach, der droppt sogar ein Item. Nehmen wir Tempo mit. Damage brauche ich gar nicht so viel. Können wir hier noch einen Stack mitnehmen. So. Jetzt wird's gleich spannend. Also ich wall jetzt hier. Und blink mich dadurch. Ich glaub's hat geklappt, ne? Ohne Scheiß, diese Fallen, die machen teilweise so viel Schaden. Falls ich mich verblinkt hätte, lieber nochmal eine Ding gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle zusammen pullen kann. Können wir da auf jeden Fall einige Mobs. Sind halt keine Elite-Viecher dabei. Seht ihr diese ganzen Explodinger? Deswegen mein ich, das wird dann ätzend. Wenn du ewig viele Viecher hast, irgendwann kommst du dann gar nicht mehr weg. Pass. Pack-Effekte. Machen jetzt halt ewig viele Non-Elite, ne? Wahrscheinlich ist da auch ein bisschen was Resettet. Ne, ist sogar nicht mal was Resettet. Passt. Weiß ich nicht, ob das jetzt viel war mit dem Dings-Bonus. Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Oh, war ja noch mehr Fallen. Ah, warte mal. Da ist so ein... Komm, wir können wieder Ollen-Action machen. Da kann ich mich wieder irgendwo rüberporten. Das machen wir doch gleich mal. Wo geht's denn da hin? Ich glaube, in dem Raum war ich noch nie drin, dass das quasi so hin und her geht. Ähm, Single-Target-Damage oder machen wir mal da eh? Der eine wäre auch gut gewesen, ne? Aber gerade noch. Also das habe ich, glaube ich, hier noch nie gesehen. Vor allem dieses mit der grünen Farbe. Sonst sind die doch immer rot, die Dinger. Äh, wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann hier HT ziehen. Und Ollen-Convoke drauf. Oh, fuck, jetzt macht er sein Bollwerk, ne? Ach, komm. Ich hätte... Das Ding ist, egal was ich jetzt gemacht habe, ist halt RIP, ne? Wenn ich halt in Bern gegangen wäre, hätte ich meinen Convoke abgebrochen, um zu interrumpen. Das ist jetzt halt maximal beschissen gelaufen, dass er genau dann sein Bollwerk zieht, als ich in der Convoke bin, ne? Wie, ob er es gewusst hätte, was er machen muss. Naja. Also HT war jetzt hier, glaube ich, auch ein bisschen bastet, aber dann kann ich es beim Endbox vielleicht nochmal ziehen. Das vergesse ich immer, dass ich halt hier noch HT einmal einsetzen kann, ne? Dass das dann immer ganz sinnig ist, tatsächlich. Könntest du mir in der Haar zeigen, wo dieser Convoke-Händler ist? Ähm, ja, ich kann es dir... Ich kann es dir, ähm, kurz erklären. Oh, fuck, was zockt der mir denn rein hier? Holy shit. Der hat mich gerade richtig runtergeratzt. Du musst einfach in Ceramortis, bei dem Erleuchteten, äh, Lager, ähm, musst du rein und wenn du in dem Lager stehst, auf den... Warte mal, ich habe hier 4% nicht? Irgendwas habe ich vergessen. Na gut. Ähm, wenn du in dem Lager stehst, links ist dann so ein Händler, der heißt dann auch, glaube ich, Rüstungsmeister der Erleuchteten, ne? Und mit dem musst du quatschen, das ist der Richtige. Okay. 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 Ich weiß ja nicht, was die Explo hier raushaut, ne? Ich gehe jetzt mal lieber auf Nummer sicher. So, die haben einfach gar nichts, äh, gedroppt. War jetzt, glaube ich, nichts mehr drin. Spare ich meine Inka, glaube ich, nochmal für den großen Pull. Hoff, den werden wir nachher gleich haben. Ich glaube, ich weiß ja, dass ich die Inka jetzt gespart habe, ne? Okay. Ermächtigungsbonus ist am Stissel. Ich habe halt noch keinen krassen Trade gekriegt, ne? Weiß nicht, ob es sich jetzt halt hier bei den paar Mobs lohnt oder ob ich es dann erst oben ziehe, weil da ist zumindest ein Elite-Dude dabei. Wahrscheinlich, wenn ich da reinlaufe, kommt so ein Dude raus, ne? Oder? Ne, kommt nicht mehr ein Dude raus. Alles klar. Will noch ein bisschen mehr zusammenziehen, aber da ist nichts mehr. Super, die sind alle resettet. Ah, ist schon wieder Kacke. Jetzt kann ich das... Ja, das sind halt jetzt hier nur ein paar Viecher. Gerade in der Mächtigungsbonus jetzt reinzuhauen, renntiert sie halt fast gar nicht. Na, gut, besser ist nix, ne? Es ist halt immer blöd, wenn du dann den Bonus hast und keine großen Mobgruppen kommen, dann machst du halt nix. Warum kann ich das Ding jetzt nicht anklicken? Na, nehmen wir 10 und 10 Rückstände mit. Ich hoffe, dass das trotzdem dann am Ende reicht, ne? Ist jetzt halt eher suboptimal. Okay, perfekt. Perfekt. Ne, die Kombi ist es schon mal nicht. Perfekt. Ah, das war's. Jetzt halt ich am Ende alles durchprobiert, ne? Wahrscheinlich wäre es oben besser gewesen, dann den Mächtigungsbonus zu ziehen. Weiß nicht, ob da jetzt halt noch ein großer Raum oder irgendwas kommt. Ich hab die ganze Zeit eigentlich den Bonus, dass ich, äh, glaub ich, mehr Schaden mach, wenn ich, äh, drei Ziele mit Mondfeuer gedottet hab. Das soll ich dann eigentlich auch mal regelmäßiger noch gucken. Na, der wird mir resetten, ne, wenn ich den jetzt da hochziehe. Ich kenn doch die Viecher. Na, komm mit. Welches da oben? Doch, da ist sogar, wäre noch ein Raum gewesen, ne? Schöne Scheiße. Äh, ach so, du meinst, ja, es gibt quasi mehrere mit den, also den Händler, den du in Oribos meinst, der ja quasi die Ruhmstufen gibt, der ist beim Flugmeister. Also du musst einfach nach Oribos zum Flugmeister und dann steht der direkt nebendran. Fuck, jetzt bin ich da gegen die Mauer gedingst, ne? Das wäre beinahe wieder schiefgegangen. Ich weiß halt nicht, ob es mich worden schottet, aber wenn ich schon diesen Ding hab, dass es erheblich mehr Schaden macht, bin ich mir schon relativ sicher, dass mich das weggratzt. Ne, ob das jetzt sinnig ist, die Mobster dazu zu ziehen. Aber ich hab gleich wieder Inka ready. Warte mal, ich muss ja die mit Mondfeuer dotten. Ja, jetzt hätten wir noch mal den Bonus, ne? Muss mir halt ein bisschen schicken, dass das nicht ausläuft, aber wahrscheinlich wird das nix werden. Komm jetzt, äh, Convork mal noch einmal drauf. Ja, gut, so viel Schaden macht's nicht. Äh, das ist alles ziemlicher Rotz. Nehmen wir mal das hier mit. Also ich, das Ding ist, das waren es wahrscheinlich nicht sonderlich viele Prozente, ne? Ich hoffe halt, dass ich in der 25, aber da war halt einfach nicht mehr, ne? Die Mobs resetten halt. Mit Inka und dem Dings-Buff kann ich wahrscheinlich die komplette Zone auseinandernehmen, ne? Also ohne Probleme sogar. Aber wenn halt nicht genug Mobs da sind, dann mach's halt leider nix. So, warte mal, bevor wir jetzt hier, muss echt aufpassen, dass ich den Typen nicht umhaue, dass ich ihn richtig einklicke, weil ich hab diesen Effekt, dass ich die Mittler angreifen kann. Ich muss die Orb hier mitnehmen. Das hier und... Vielleicht kriegen wir was Krasses raus. So, schauen wir einfach mal. Oh, das ist gar nicht schlecht. So, jetzt schmeißen wir den ab. Ah, jetzt hat er sogar zwei Orbs dabei. Das ist cool. Ah, das ist sogar gut. Haben wir hier alles? Ja. Ja, das läuft mir jetzt ab. Sechs Sekunden, ne? Bitte! So, jetzt schauen wir mal. Jetzt bräuchte ich halt hier irgendwo gleich einen Riesen-Pull, ne? Ja. Kriege ich die da rumgezogen? Kann die dann wegmachen, alle? Nee, die resetten mir da. Das ist bitter. Fuck, ich bin gefiert. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir es jetzt ein bisschen übertrieben. Fuck, der hat mich weggeführt. Fuck, der hat mich weggeführt. Oh, ich weiß nicht, ob die jetzt noch reingegangen sind. Doch, ich glaube, die zwei Elite sind noch reingegangen. Ich habe den Boss halt auch noch mitgepullt. Jetzt kriege ich Full Moon hier. Na gut, der Boss geht jetzt nicht mehr rein. Ich muss danach nochmal zurücklaufen. Und die anderen sind blöderweise resettet. Das ist halt so kacke. Ich könnte halt die komplette Zone zusammen pullen und die wegmachen in einem Ding. Aber die resetten wir halt einfach, ne? Das läuft halt leider nicht. Aber es waren, glaube ich, jetzt einige, die ich hier reingekriegt habe. Also müsste schon ganz gut was gegeben haben. Ich komme den Laser mal jetzt hier weg, den Kollegen. Ja gut, das ist halt alles scheiße. Das hier mit den Runen habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Was bringt mir das jetzt? Habe ich hier so eine Rune aktiviert? Weiß jemand, was das genau macht? Hat da jemand eine Ahnung? Muss wahrscheinlich mit zu zweit sein, ne? Oder auf irgendwie zwei Runen gleichzeitig stehen. Dann geht bestimmt irgendwo was auf oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder ich Torgast meistens immer alleine laufe. Weiß ich das tatsächlich gar nicht. Mal gucken. Also da hinten sind da noch ein paar Mobs. Und gucken wir mal, was da oben noch ist. Bis dann habe ich, glaube ich, Inka auch wieder ready. Ja, die sind leider halt nicht mitgekommen, ne? Weiße. Ah! Da ist noch eine Orb. Den Typ muss ich, glaube ich, irgendwo abliefern. Und dann kriege ich noch einen Bonus, oder? Den werde ich wahrscheinlich auch nicht mitziehen können. Ich habe jetzt halt ziemlich wenig Single-Target-Damage. I don't know, ob da... Also für den Boss, ob das reichen wird, wird wahrscheinlich eher schwierig. So, komm, jetzt ziehen wir mal ein Raw hier. Da drin sind halt auch Mobs. Schauen wir mal erstmal, was wir da so drin haben. Boah, 300 Phantasma. Aber die kann ich wahrscheinlich dann eh nicht mehr ausgeben. Weil ich habe eh schon 600 irgendwas. Ich habe den 4, den wollen wir nicht. Und den mal nebenbei noch befreien. Weiß ich gar nicht, wo die Typen hinwollen. Muss ich die irgendwo Bestimmtes hinbringen? Aber das ist halt... Das ist auch Käse. Das bringt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wo die Typen jetzt hinlaufen. Nehmen wir hier die Vasen noch mit. Irgendwo dahinter gelaufen. Vielleicht droppt da noch mal eine Orb oder... Seht ihr? Die hauen mir da ab. Schauen wir mal. Ich muss mit dem Einnau Knöpfchen suchen. Na komm, gib deine Orb ab, dass wir einen Endboss machen können. Eine Chance, die Vielseitigkeit von 5,4,4 zu erhöhen. Ja gut, machen wir das doch mal. Da haben wir alles mitgenommen. Okay, also eigentlich... Ich sehe jetzt nichts mehr. Wir müssten 100% hier auf der Ebene haben. Schauen wir mal. 91% nur? What? Aber dafür 53%? Hä, ich habe doch alles mitgenommen. Wo war denn da jetzt noch was? Also, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe alles gehabt, aber anscheinend doch nicht. Ja gut. Gut. Das war wohl ein Satz mit X. Alles Kacksachen. Dann nehmen wir einmal das hier. Das hier. An dem Boss werde ich jetzt wahrscheinlich eine Weile, Weile dran knabbern müssen. Oh boy. Oh boy. Ich habe halt so gut wie gar nichts, was Boss Damage macht, ne? Komm, ich kann auch HT schmeißen. Pot. Gib ihm. Oh, das ging jetzt alles auf das Add. Perfekt. Also, Boss Speed kriegen wir auf keinen Fall jetzt, ne? Die gibt mir ja auch noch diesen Slow Debuff, ne? Aber ich cleave die jetzt einfach nur nebenbei. 80% weniger. Movement Speed. Perfekt. Das wird halt jetzt fünf Jahre dauern, den Boss zu töten. Kannst du eigentlich mal interrupten. Komm, tun wir nochmal Eulen convoken. Also, es gibt halt für alle möglichen Sachen Bonis, ne? Dass man, ähm, dass man zwei Rares innerhalb von fünf Sekunden tötet. Dass man hier, ähm, den Boss innerhalb von ein paar Sekunden tötet. Aber den Bonus kann ich jetzt schon mal abschminken. Da hätte ich vorher die Single-Tage-DPS-Sachen mitnehmen sollen. Dieser Slow ist so ätzend, ne? Was ist denn im Scheißdring stehen geblieben? Dacht, mich cleave die jetzt nebenbei. Anscheinend ist mein Cleave nicht sonderlich stark. Steppt der Boss nur vorher vor der, vor der Tuse. Oder ich krieg jetzt hier grad ein bisschen auf den Sack. Dann machen wir nochmal hier. Ach, das kann ich nicht mal weg shapeshiften? What? Wär jetzt fast in die Hose gegangen hier. Ich dachte, ich kann den Slow zumindest weg shapeshiften, wenn ich in die Eulengestalt gehe. Gucken wir mal, ob's gereicht hat. Ja. Uh, 236 Punkte. Das hat ja Dicke gereicht. Also, was hab ich denn an Punkten? Warte mal, schauen wir erstmal, ob er ein... Nice. T-Mock ist auch drin. So will ich das haben. Sehr schön. Wollte grad sagen, vielleicht kriegen wir noch ein T-Mock. Ah, das hat Dicke gereicht. Also, was haben wir denn bekommen? Wir haben einmal 96 Abschlussgut. Da hab ich irgendwie ein bisschen was verkackt. 30 Ermächtigung ist okay. Zeit 30 ist eigentlich auch ganz gut. Brandschatz haben wir gekriegt. 90% von diesen Philakterien gekillt. Seelen haben wir alle mitgenommen. Habe nichts. Keine epische Essenz. Ne, deswegen hab ich vorhin die extra ausgelassen. Fallen meist. Ich hab keinen Fallenschaden gekriegt. Echt? Sonst bin ich eigentlich immer Movement, Günther. Ähm, Räuber. Mittler mal gekillt. Retter. Die ganzen Seelen geholt, ne? Zwei Elite innerhalb... Ach, 10 Sekunden sind's. Ja, das hab ich auch geschafft. Schatztröne hab ich geöffnet. Horta 500 Punkte. Hab ich extra übergelassen. Ne? Und Sammler 30. Hä? Nö. Mindestens Schlundbonis. Ah, ich hab noch 27. Also das weiß ich nicht. Aber okay. Gut. Den hätte ich eigentlich nicht kriegen sollen, aber jetzt trotzdem gereicht. So. Was wir jetzt noch machen. Wir laufen jetzt wie bei den anderen Runs immer noch durch und hauen, ähm, im... Adamantit-Gewölbe den Endboss kurz um. Ich hab halt nur 27 Bonis. Das ist halt richtig wenig, ne? Aber die ganzen... Die ganzen Ebenen waren halt extrem kurz auch nur, ne? Extrem kurz. So. Eiern wir da noch kurz durch. Schön ist, hier kann ich halt stealthen, ne? Das ist wieder der Vorteil vom Druid. Ah, den müssen wir killen. Da seht ihr mal, was für Kack-Trades ich im Moment hab. Und zwar teilweise, also die letzten Runs, die ich gelaufen bin, da hatte ich Convoke so hoch gebufft, dass ich einfach nur hin zu dem Typen bin. Convoke an und der war tot, ne? Jetzt mach ich Convoke an und er hat irgendwie 10% verloren, wenn überhaupt. Das wird bei dem Endboss jetzt dann auch gleich wieder eine längere Geschichte. Aber das ist halt die Sache, ne? Ich hab halt keinen von diesen epischen Trades. Auch nicht die ganzen Convoke-Trades, die extrem viel mehr Schaden machen. Da bist du dann halt leider ein bisschen dran. Warte mal, ich kann nochmal hier zumindest einen Billig-Eulen-Convoke reinhauen. Im anderen Ding war das, im Jailers Gauntlet. Da hab ich... Gut, da kriegst du halt noch wesentlich mehr Boni-Sachen, ne? Da hab ich meinen Convoke so hoch gebufft, da haben die einzelnen Hits, und du hast ja teilweise viele Hits, zum Beispiel hier so eins, dass du einfach vielleicht 50% mehr Schaden hast, wenn du drei Dots drauf hast. Das macht halt viel aus. Da hatte ich dann einfach so viel Damage, dass einzelne Einschläge von meiner Convoke über eine Million Damage gemacht haben. Da teilweise hat die Convoke einmal durchgecastet, irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 5 und 15 Millionen gemacht, ne? Das war dann schon krass. Ach komm, die sehen, die nehmen wir nicht mit, das brauchen wir nicht, ehrlich gesagt. Also den Endboss, den mach ich jetzt hier tatsächlich nur, weil ich so ein bisschen die Hoffnung hab, dass er auch nochmal einen T-Mock hat, ne? Schauen wir mal hier, ne, da haben wir keinen T-Mock. Nehmen wir den hier mit, nehmen wir das hier mit, nehmen wir das hier mit, nehmen wir das noch mit. Und, äh, wieso nicht, das ist eigentlich alles Käse. Naja, das können wir damit nur ein bisschen Hound-Damage, ne? Why not? Noch ein Teil drauf, nehmen wir das hier drauf. Jetzt kann ich theoretisch sogar nochmal ein HT schmeißen. Ach, jetzt wollte ich ein Ding schmeißen hier. Ähm, das, das hier rein. Okay, meine Convoke macht halt einfach gar keinen Schaden. Das wird halt eine ganz traurige Angelegenheit hier. Der hat halt 3 Millionen Leben, ne? Ja, ich hab schon die Damage-Verstärkung, dass ich 30% mehr Damage mach, gezogen. Achso, warte mal, hab ich das, doch den einen Mob hab ich eingesetzt. Das wird eine ganz, ganz traurige Angelegenheit hier. Können die ihm das eigentlich mal kicken? Der Mob scheint hier nichts Tolles zu haben, wenn wir ehrlich sind. Ich hätte wieder mal einen Eulen-Shape-Shift-Gedöns rausziehen sollen. So, ist, ist das der Dude? Boah, ich bin grad schon, hab ich mich jetzt einfach kurz rippen lass. Geht dann meistens schneller, sie zu töten. Na, macht zu wenig Schaden, ne? Äh. Na gut, ich spiel sie, scheiß drauf. Normalerweise schau ich halt, dass ich dann hier drin stehen bleib, mich rippen lass, dann verschwinden die. Der Boss verliert nämlich das Leben, nicht, ne? Das ist so ein kleiner Trick, vor allem bei dem Boss, weil der ist dann doch schon ein bisschen ätzend. Mal rein Convoken, aber das geht dann wahrscheinlich wieder auf die anderen Ziele, die ich nicht haben will. Ja, perfekt, jetzt macht er seine ganzen... Ah, okay, ich bin gestorben, das passt auch. In der Eule krieg ich mehr Schaden. Das Schöne ist, ähm, der Boss resettet sein Leben nicht und die Typen sind einfach weg. Also am besten eigentlich dich instant sterben lassen. Aber ich hab mich jetzt grad zu sehr geheilt. Also wenn er's nochmal macht, dann lass ich mich instant sterben. Und gut, ist... Musst du, kannst du die Phase eigentlich komplett skippen, ne? Gut, vielleicht kriegst du Rap-Kosten, aber das ist ja egal. Hauptsache es geht schneller. Weil mein, mein komisches Schwert ist jetzt halt weg, ne? Das ist ein bisschen schade. Okay, ist er da wieder auf den anderen drauf. Achso, und ich muss die drei Dots ja oben halten. Halt, stopp, das, ähm, ich hab ja jetzt den einen Trade, ne? Ähm, ja, wo ist das drin? I don't know, wahrscheinlich hier. Ich brauch Sonnenfeuer. Ah, hier ist Sonnenfeuer drin. Ziehen wir das mal da drauf. Ach, ich hatte's ja schon. Hier, ich muss am besten in die Eule gehen. Sonnenfeuer draufhauen. Und jetzt hat er hier den Debuff drauf, dass er 30% mehr, äh, ne, 50% mehr Schaden frisst, ne? So, ich glaub, jetzt macht er dann gleich nochmal seine Phase. Dann muss ich am besten gucken. Ja. Ich frag mich, ob ich's auch weg, Shadow melden kann. Perfekt. Ah, ich kann's auch weg, Shadow melden. Oh, ich hoffe, ich hab den Boss jetzt nicht komplett verbuggt. Seht ihr? Er hält sein Leben. Shadow meld funktioniert halt auch, ne? Perfekt. Und dann musst du die komplette Phase nicht spielen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Was ich nicht mehr machen darf. Inka ziehen und gleichzeitig Baumrinde. Das ist natürlich Käse. Weil, ähm, ich hab jetzt den Zweierset-Bonus, ne? Und, ähm, da löse ich ja dann eh Inka aus für 5 Sekunden. Ich muss dann quasi erst die Barkskin ziehen, die Inka durchhauen und dann die richtige Inka ziehen. Dann hab ich's halt länger, ne? Hab ich's halt 35 Sekunden. Shockwave. So, jetzt gib mir mal ein T-Mock dafür noch. Für dieses ewige Geding. Ne, hab ich einfach gar nichts gekriegt. Ich weiß nicht, ob das Adamantit-Gewölbe überhaupt noch lohnenswert ist, ne? Dass ich das dann jedes Mal noch mit durchmache. Aber ich denke mir halt, wenn ich eh schon den perfekten Run hab, könnte ich ja gucken. Gut, auf jeden Fall. Ein T-Mock-Teil haben wir gekriegt. Achievement haben wir eingetütet. Und ja, damit sind wir mit dem Run auch durchgegangen. Und jetzt fehlt mir nur noch eins, und zwar Mortigat. Ja, für den Run verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.